Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von LightningLP, immer noch mit etwas heiserer Stimme, 12.12.2014, heute mein 21. Geburtstag und ja, wir befinden uns jetzt auf dem TeamSpeak vom LifeAdultes Server und befinden uns aber hier auf einem neuen Server, nämlich dem Broodys 1 Server und ich bin dabei mit Ferdinand von Bismarck aka Ruffy, Owner von LifeAdultes, grüß dich. Und natürlich ist kein anderer dabei als der verrückte Los Santos, was ich echt sagen muss, damit es kurz ein bisschen angeht, die Leute trollen hier rum wie scheiße. Ja und wir sind hier nur auf den Server gekommen, um euch mal zu präsentieren, wie leicht es ist, Server, naja wir hacken ja nicht, wir trollen halt heute jetzt nur ein bisschen. Nennen wir es mal einen Cheat Troll. Ja wir nennen es einen Cheat Troll, genau. Wo ist denn überhaupt der Marktplatz, ich verlaufe mich hier in Kavala ey. Wie hieß denn der Server nochmal? Broodys, mit 3D. Wo sollen wir uns treffen denn überhaupt jetzt, haben wir gar nicht ausgemacht. EU mein Freund, nicht D. Ja hab ich ja gesagt, wo treffen wir uns jetzt, beim Broker? Ach einfach, Marktplatz, fuck auf ey. Das ist ja keine Ahnung. Ey, schauen wir mal, ob ich mir einen Quad-Bike checken kann. Mach jetzt mal eine Gang auf, damit wir uns erstmal wiedersehen, bevor du mich wieder über einen Haufen schießt. Ja, davor brauche ich erst einmal Geld, dann muss ich mir erst einmal ein bisschen Quad-Bike checken, dann wieder zum Drogendeal. Ich würde sagen, die Leute haben dir hier mal übelst eure Polizeiautos geklaut. Oder wir mehrere geklaut. Alter, hier sind so viele Leute am Marktplatz, hier müssen wir gleich mal Ballerei machen. Nein, hier ist Polizei, da werden wir sofort gebannt. Ach, scheiß drauf, einfach reinhauen. Hier sind die meisten. Der Wicke-Shop? Ist der Wicke-Shop? Ich weiß es nicht, ich hab da so viele Hacks da vom... Ah nein, Driver-License. Ja, und wo ist hier Wicke-Shop? Hallo. Also, erstmal Respekt natürlich an den Broody-Server, die haben echt hier eine geile Community aufgebaut. Dennoch werden wir jetzt gleich diese ganze geile Community in einer Reihe aufstellen und steinigen. In einer Reihe abschlechten. Schlechten, genau. Schlechten, schlachten, ist mir wurscht. Schlechten. Aber hier kostet alles so extrem wenig, Wahnsinn. Ernsthaft? Er kostet in der Limousine gemietet 4.500. Echt? Schlechten wir denn hier so wie die Bekloppten? Es ist der Cop, der ist ein bisschen langweilig, glaube ich. Alter, auf dem Bullenwagen steht, ach, Rudy-Zai. Ach, der Server ist das. Ja. Den kennt eh jeder, wer Broody's nicht kennt, hat in meinen Augen keine Existenz. Wie habt ihr den Server überhaupt gefunden, Alter? Ich find den irgendwie nicht. Ja, ich muss mich mal kurz irgendwo verstecken und mich mal rüber zum Drogenmenschen. Broody's. Was das? Tele, Telefliegen nennen wir's mal. Ach, ja. Der Telekinese wird hier verschwunden. Der lebt ja noch. Das ist nochmal eine Telekinetische. Oh oh, scheiße. Falsche Tasse. Falsche Tasse. Oh Gott. Geil, haut der raus, wenn der Blitz dich beim Scheißen trifft, sag ich nur. Ich müsste sagen, oh, das waren ein bisschen starke Blähungen. Tut mir leid, Leute. Man ist nicht versteck dich, du hast die falsche Tasse gedrückt, du Idiot. Ja. Ja, das ist live. Ja, ich bin eh schon beim Drogen-Ting. Okay, jetzt holt der gute Ruffy uns natürlich Kohle. Oh Gott, was ist das für ein geiles Menü, das muss ich wirklich sagen. Nein, die haben gerade gefragt, ob das ein Cheater oder ein Hacker ist. Nein, das war kein Cheater. Das gehört alles zum Spiel, Freunde. Oh Gott, was ist das denn? Was denn? Äh, dieses Menü vom Drogendealer, ich check das gerade nicht. Nicht? Nein, das ist mir zu hart. Das sagte gerade einer. Sie sind jetzt gerade am überprüfen, wer das mit dem Blitz war. Ja, Gott sei denn, bin ich nicht mehr da. Ich kann mir keine Items schieben. Wie, ernsthaft nicht? Ah, das ist nur Space. Starfack, jetzt geht's. Ja, okay, dann, wo treffen wir uns dann? Immer noch am Marktplatz, ne? Wir holen uns hier ein Auto und dann... Broker Illegal Market, Truck Teaser, endlich. Aber eigentlich hab ich den Server gefunden, ne. Erstmal schöner als Verkaufen. Die Trollen hier, die... Ja, ich hab' einen 20 Minuten. Okay, die Trollen hier voll die Bullen, ey. Und wie? Oh. Ja, ich hab' 20 Millionen auf der Bank und 600 Tausend Bargeld. Läuft doch. Mir war's die Standzeit. Ich denke, wir sind alle Lizenzen. Boah, die schießen hier voll auf das Haus. Schießen wir die Brüder schnell wieder rüber. Ach, das versteckt dich. Willst du dich zu mir porten, mich können sie gar nicht sehen. Ja, ich hab' mich dann rausgeportet, bin schon wieder da. Ja. Wo denn? Kannst du ne Gang mal eben aufmachen? Ja, ich mach ne Gang auf. Ja, ich hab' einen Gang auf. Ein Group. Anstrengend. Ach, die haben doch das ganze alte System. Ja, ernsthaft? Okay, nennen wir's mal Penis in dein Mund. Und... 7500 Schadkapital. Ja, sucht, 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 sucht mal Penis in dein Mund und trete bei. Okay. Ne, wie war das nochmal? Bros? Ne, Bros nicht. Ja, Bros. Bros, ne? Ich hab' den Schlüssel, ich hab' den Schlüssel von dem Auto. Ja? Ja, jetzt seid da hinten. Warte, 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 warte. Ja, das Fahrzeug ist offen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Server laggt? Ja, der Bulle beobachtet uns. Wenn wir da einsteigen, sind wir tot. Ja, ich weiß. Schießerei. Wie wollen wir jetzt... Wie wollen wir jetzt, äh, aufm, äh, ähm, Rebellenmarkt? Hm, wir müssten hinfliegen. Oder porten. Ne, ich könnte mich hinporten, ich würde dir holen, wieder herfliegen. Kannst du uns nicht im Auto porten? Ja, das könntest du einfach machen. Du kannst uns porten. Ja, das könntest du. Dann lass den roten... Ne, wenn der Auto-Offroader auf einmal verschwindet, wär'n bisschen kum. Der ist im Arsch. Der ist im Arsch. Ja, gut, dann, äh, Polizei-Auto, wegfahren und... Würde ich gern, würde ich gern. Da hinten hin, komm, lass mal versuchen. Ich hab' kein Geld. Ja, der ist eh offen. Es sind hier alle auf Polizeifahrzeuge jetzt offen. Dank mir. Alter, ernsthaft? Ja. Lol. Nice. Alle einsteigen und weg. Komm, schnell, schnell, schnell! Der Reifen ist kaputt. Äh... Nein! Alter! Alter, direkt tot? Ey, läuft bei dir. Alter. Was ist denn mit Taser? Was ist mit Taser? Direkt scharf geschossen. Läuft auf jeden Fall auf dem Zoo. Jo, hier eine Beschwerde an Blu-Hintai. Äh, okay, äh... Bis, äh... Ruffy? Wir müssen uns was anderes ausdenken. Kauf'n Auto. Kauf'n Auto. Kauf dir ein Auto, wir treffen uns am Marktplatz und dann fahren wir irgendwo hinterm Haus und porten uns. Komm, das werden die Bescheidung. Ja, wir fahren ein Stückchen und dann sind wir auf einmal weg. Ne, nicht so scheiße. Aber du hast hier keine lange Re-Spawnzeit, das ist schon mal gut. Alter! Äh, die haben ein anderes Medic-System. Ja. Meine Fresse. Kamala. Ey, die haben sofort aufgeschossen. Ja, Mann. Die sind durch im Leben, die Kopf. Okay. So, wo bist du? Hast du ein Fahrzeug? Steig dir gerade in meinen Relo. Ja. Ja, ich steig mit ein. Gut. So. Wollen wir die andere Piss nicht genug haben? Jo. Ja, portet euch zu mir. Ne, 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 wir porten hier gar nicht. Ja, okay. War nicht zu schnell, die blitzen doch noch. Ja. Ja, die können wir uns saugen. Alter, was ist das für eine Karre, ey? Hot Wheels oder was? Ja, klar. Was ist denn das für eine Scheiße? Komm, steig ein damit, bitte. Boah, bei mir leckt's, ey. Okay. So, warte, ich guck, ob keiner guckt. Warte, es guckt gerade, es guckt jemand. Ich fahr sowieso noch ein Stückchen weg. Ja, ich wollt's grad sagen. Ich fahr sowieso noch ein Stückchen weg. Ja, ich wollt's grad sagen. Bei hinterher Haus oder so. Ich hab irgendwie mehr FPS auf uns. Entweder mein Computer spackt heute mal nicht ab, oder ich hab hier mehr FPS auf uns. Also, äh, also von unserem Server. Ah, gut, wir lassen hier Safe Zone, hier kannst du schießen. прям whopop, leckst aber voll rum dafür. Black Market vielleicht. Warte, da ist. Schau, na ein paar Leute, rê schön, dass wir sind da. Ja. Ganzhaft? Geh mal gucken. Wir warten hier. Boah, leck doch weiter, ey. Ja, das müsste hier sein. Gunstore, Clothingstore, schaut schon mal gut aus. Ja, das ist der, das ist der. Erstmal Clothingstore, hätte ich gesagt. Ja, warte, ich gebe euch erst ein bisschen Kohle. Und wo ist Rebellen, äh? Warte, ich muss schnell was abheben. Eure Armlizenz. Trotzdem habe ich ATM immer bei mir dabei. Das ist ziemlich legal hier, Armin. Ja, ja. Was ist das für eine Farming? Ne, ich kann das gerade nicht lesen. Das ist zu weit entfernt für ein Bildschirm. Aber das stimmt schon, das ist Black Market. Ich glaube, die haben nicht so gutes Stuff. Doch, die haben ja hier Rebellengebiet. Hier ist Rebellengebiet, doch. Ne, dann müsste das eigentlich sein. Ihr habt jede 3 Mio. uns heute erreichen. Jo, dank dir. So, was gibt es hier für schöne Waffen. Also, anziehen kann man sich hier nicht. Doch, da oben ist Rebellen Außenposten. Ganz oben am, äh, am Airfield. Ganz, ganz oben das Airfield. Weißt du welches? Da müssen wir hin. Das ist kein... Das ist kein... Lass mal dahin gehen. Lass uns Geld kriegen. Ah, da gibt es bestimmt richtig... Ja, ja. Wie viel? Drei Mille habe ich, oder? Ja. Am Airfield. Ganz, ganz oben da. Ganz oben rechts, da bei uns, äh, wo der US-Vertrag ist, ja. Scheiße. Einmal teleportiert, liebe Zuschauer. Und da sind wir auch. Mal sehen, was es am Airflughafen gibt. Äh, am Airshop. Wo ist uns denn hingeportet, ey? Ähm, Rebell Outpost. Wo ist denn der Typ zum Anziehen? Da hinten sind alle Typen. Mal schauen wahrscheinlich, sind das die. Bei denen schäumen oder was? Ja. Ja. Ein Penner. Ah, ne, 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 die sind hier im Haus. Die sind hier im Haus. Moon, da hat die ein Let's Play gemacht. Wo, 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 wo. Hier im Haus sind die. In diesem Gebäude? Ja, ja. In diesem blauen, fetten, geilen Gebäude. Das sieht gut aus, ja. Ich mag das auch. Ja, hier sind die. Oh, hier gibt's schwarze Waffen, Digga. Ich weiß, wo das Fahrzeug, also wo das Fahrzeug, das Gebäude her ist. Das gibt's beim Weed Prozessor. Bei unserem alten. Also ich hab schon mal wenigstens ein Night Vision. Was ist das für Motherfucker? Da können wir jetzt anfangen zu RDM. Ja, toll. Ohne Waffen, ne? Ja, mit Night Vision. Ich schieße mit meinem Night Vision. Was ist das? Generous, Digga, wo ist denn das? Hier oben, oder? Nee. Der Mutter hat doch nicht einen LP gemacht, oder? Market, ATM, Rebell Outpost. Ja, ich lauf nochmal raus. Hier ist nur die Garage. Dahinten steht irgendwas. Angeblich ist es hier, wo wir gerade sind. Ich lauf mal hoch und schau mal oben. Oh, wieso leckt das denn so rum, ey? Ja, hier oben ist es auf jeden Fall nicht. Hier oben ist es auch nicht. Ich hab hier noch einen kleinen Wurst. Hier oben ist bei mir einer, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich sag's euch. Oben. Ah, der kann irgendwie nichts, der steht einfach nur da. Okay, Bro, die ist halt ganz schön nachgelassen, kommt mir vor. Jo. Alter, wo haben die denn... Wollen die denn bitte schön ihren Scheiß laden, ey? Keine Ahnung. Ne, hier oben wird nichts sein, die werden sich so umständlich gestalten. Ne, ne. Da vorne stehen nochmal Leute. Alter. Hier stehen überall Leute. Hier vorne ist nur einer. Oh, da hinten ist ein Kai, Mann. What the fuck? Aber der ist kaputt, oder? Kaijub, ja. Den kann ich reparieren. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, warte. Das ist ein Medical Essences irgendwas. Ernsthaft? Gibt's doch nicht, Junge. Ist doch irgendwo... Hier, 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 warte. Outdoor-Civi-Fahrzeug. Achso, das... Nein, das sind Garagen. Ja, das sind Garagen, ja. Das sind Garagen, ja. Das sind Garagen, ja. Wickelgarage. Mal sehen, was es am Air-Shop gibt, würde ich mich nicht sagen. Scheint mal im Zeit-Chat. Wo, äh, Outpost ist. Das kommt immer so komisch, ey. Oh Mann, ey. Warte, ich frag mal kurz. Wo gibt... Hab ihn gefunden. Hier, wo ich bin. Runterm Netz, Alter, diese Drecksaufe. Boah, die Drecksaufe. Was ist für ein Hohensinn? Ja, hier gibt's ja nur der Müll, ey. Reinst ne Scheiße. Ich hab da nur ne ATM. Ein muss runter scrollen, wahrscheinlich wieder. Ah, da. Ja, ja, ja. Was ist denn das, Junge? Ich steck nur mit Standard-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low-Low. Da droppt mal Waffen und Munition, was anders bleibt. Sonst soll ich jetzt nicht übrig. Mal mal hin und... Ja, ich glaub ich muss mir echt ne Kiste spawnen. Kannste ne Kiste spawnen? Ja, sicher. War aber nicht in mir, ey. Auch die haben wir. Rollstar. Vor ist denn das? Irgendwo war da doch Kiste. Kiste. Da ist alles drin, ey. Hallo, ich bin der Los Santos. Ich nehm die Zafir da raus. Geh weg, da Los Santos, die Spawner. Ach, ich nehm was besseres. Nein, das kann ich nicht. Ah, fahrkiste. Es könnte sein, dass das Bella Detectives, deswegen Create Vehicle Restricten. Dann riskiere es nicht. Dann hol mal erstmal ne Katiba hier aus dem Shop. Ja, kannst du nicht kaufen. Du kannst keine Waffen kaufen. Ähm, Mr. Rain, Lighten... Ich hab ne Katiba gekauft. Äh, du hast die Lizenz da vorhin geholt, dann gib mir die mal. Delete all things. Glaub mir die mal und Munition dafür, weil ich hab mir die Lizenz da hinten nicht geholt. In dem anderen, äh, Outen, Posten, wo wir grad waren. Weißt du was, ich probier's einfach. Und... Gar nicht mal gekickt, Junge. Und was ist mit Kiste? Da mach Kiste noch. Ja, hier an der Seite sind die ganzen Kisten. Wo? Schreibt euch. Im Strider, überall dran, an der Seite. Oh! Oh, Saphir. Da ist sie da. Saphir. Vorne ist noch ne Kiste Los Santos. Oh, lecker. Ey, lecker, 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 lecker. Direkt mal die Saphir, oder? Ja, ich brauch die Munition. Ist unten. Und euch. Ich brauch Munition. Ich hab keine Munition. Ich brauch Munition für die Saphir. Ich hab nur zwei im Orgazine. Hast du keine Munition? Oh geil, vorne ist Sniper. Ich check mir die Links. Ja, okay, dann leg mal bitte die Saphir Munition wieder irgendwo rein. Du musst noch Visieren dafür kaufen. Keine Munition, oder was? Leute, sogar die Apos Munition. Oh, ist das schön. Das sind Visier. Nightstalker. AP, 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 AP. APDS. Hast du denn... Nightstalker, da Nightstalker. Haben wir noch eins? Ne, ne? Ich könnte ne 9 holen. Mich wunders, dass hier keine Cratery... Hast du noch ne andere, ähm, anderes Visier irgendwo hier rumfliegen? In den Kisten? Nightstalker war ja hier drin. Ne, ich brauch kein Nightstalker. Ich brauch ein normales Visier noch. Irgendwie. Gucken, ob hier noch Visiere sind. Alter, wir werden die so wegfetzen, äh. Split... Uh, Splittergranaten. Oh, da nehmen wir doch. Ich könnte ne Fuck-up-all machen. Nein, das ist... Also, Fuck-up-all ist scheiße. Aber lass mal. Oder ne Nuke. Ne, Nuke ist auch kacke. Ah, ne Nuke. Wollen wir mit dem Chatbus rüberfliegen? Warte, 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 warte. Wer hat denn den Launcher, den Granat... äh, den Raketenwerfer? Oder wollen wir mit dem Giantcock rüberfliegen? Nicht! Was machst du da? Ja, nen fliegenden Penis. Nein, Mann. Lass sie doch erst mal, äh... Ach komm, der ist schon... Erst mal töten. Lass uns sie doch erst mal töten. Lass uns sie doch erst mal töten. Ja, ihr könnt euch auf dem Quad-Bike drauf sitzen. Konstant, ohne dass wir sterben. Ohne dass sie sterbt. Beim Lightning, wieviel Dings hast du jetzt? Magazine für die Saphir? Äh, ein, zwei. Ah, okay, ich warte mal. Los geht's. Let's go. Wir fliegen jetzt mit einem dicken Penis. Ey. Ey, aber wir müssen irgendwo ganz, ganz weit außerhalb von Kavala landen, ne? Das ist dir bewusst. Ich muss überhaupt noch schauen, wo ich hinfliege. Wir fliegen echt mit dem Penis, Alter. Der Schatten. Warte, wir müssen kurz Autowarn auf, wir müssen noch schnell ein Ziel setzen. Ey, wenn uns damit jemand sieht, ne? Wir werden sofort gebannt, ey. Na, wirklich? Ich dachte, das wäre legal. Komm, ich bewinde jetzt noch ein paar Kills, man. Auf dem anderen Server hatte ich gerade einen Killkontor von 22 zu 1. Locker. Wie? Aber du warst noch lange nicht so gut wie Adolf Hitler. Ne, das habe ich leider nicht geschafft, aber du sagst... Sechs Millionen Kills eigentlich groß. Ey, da kommt einer, tisch, tisch, nice. Da, da kommt einer, tisch, tisch, nice, light, nice. Und dann, du, hm, rennen die noch hinterher, ich kann nicht rennen. Wo landen, wo landen wir denn? Wir müssen wirklich außerhalb von Dings ein. Ich fliege einfach mal ein Stückchen und das Restlichen teleporten wir uns mit einem Strider oder sowas mal gucken. Ja, danke, das ist eine gute Idee. Mich wundert es, dass hier keine Bad Light Vehicle Restriction ist. Das wundert mich auch. Ich glaub dem keine Extended Controls. Okay, jetzt lass landen und uns umspawnen. Ich könnte theoretisch jeden einen Fuck, also einen Screenwise machen, was Screenwise machen. Naja. Weißt du das mit der geilen Musik? Ah, das mach ich zum Schluss. Genau. Bevor wir gebammt werden. Aber diesmal in Los Santos schießt du auch? Ja, ja, diesmal schieß ich auf jeden Fall. Du bist im Let's Play. Alter, ich seh jetzt schon die ganzen Dislike-Wellen unter dem Video, ey. Lass die Polizei nicht einfach so durchgehen. Prodizei. Vielleicht seid ihr die Toddiebzei. Alter, die haben uns weggeholt, du. Ja, aber. Komm, lass hier landen irgendwo. Und dann... ... ... Der Cox soll in der Nähe von Kavala stehen, das ihn jeder betrachten kann. Dein Blackfoot Raketen? Dann könntest du einfach mal rein-cheeschen. Ah, stimmt. Da hat er noch Raketen. Alter, es ist so weit noch, ne? Hast du... Äh, irgendwie lenke ich hier ein bisschen nach links grad, weil ich scrollen. Manuelles Feuern. Eh doch. Manuelles Feuern, wie? Jetzt zurück zu Elf und dann geht unten die Klappe auf mit den Raketen, glaub ich. Schießt du jetzt automatisch? Ne. Wow! Kiste! Ja. Schieß. Oh, ja. Aber unendlich Muni, ne? Wie... Schau mal, schau mal. Kiste! Hallo. Was? Kiste? Wie weit können die Raketen fliegen? Oh, ich seh's. Ja. Ich glaube, ich werd dann den Kavala, denn wir sind alles mit ein bisschen Kisten zuspammen. Ja, aber lass uns vorher runter irgendwo, ganz weit. Und gib uns ein Fahrzeug. Ja, ich kann ja sowieso während dem Gehen. Was? Ich kann das ja während dem Gehen. Ach so. Noll. Wir haben... Nein! Warte mal. Äh, Bank? Wollen wir zur Bundesbank? Und wo ist die... Mit nem fliegenden Tenis? Wo ist die Bundesbank? Wir sind noch nicht vorbei. Warte. Da und... Da und... Ah, sieben Kilometer von uns entfernt. Kannst du nicht schneller fliegen? Ey... Ich versuch's. Ein fliegender Penis fliegt sich echt scheiße, Junge. Äh, da müssen wir aber jetzt irgendwo vorher landen und mit nem Fahrzeug. Weil, äh, jetzt spawnen die Bullen nach, äh, Pyogos um. Dann haben die uns sofort am Mist. Der ganze Plan fliegt zunichte. Wenn wir schnell sind und einfach dort landen mit nem fliegenden Penis, keiner weiß, dass wir das waren. Boah, das wird zu knapp, ey. Die spawnen nicht um mich, glaub die fliegen rum. Nicht mehr auf so nem Server weiterspielen. Verteidigt die Bank. Ey, wir können nicht einfach... Die schießen direkt auf uns. Wenn wir das Bankgelände betreten. Oder wir fliegen einmal drüber. Nein, dann schreiben die direkt im Chat Hacker. Und die können uns... Ja, stimmt doch. Lass sie jetzt hier landen. Komm. Lass sie jetzt hier landen. Es sind 4 km und 4 km. 2 km. Die sehen uns. Das sollen sie ja. Aber nicht mit dem Penis. Genau mit dem Penis. Ich will doch noch schießen. Ich will jemand töten. Döten. Was was? Bei 2 km davor lasse ich euch runter und den Rest fliege ich. Ja, gibst du uns noch ein Fahrzeug? Ne. Ja, okay, warte. Wir fliegen noch nicht. Ach komm, nee. Lass uns doch einfach laufen. Nee, ja klar. 2 km. Dann ist die Action vorbei. Bis 2 km. Dann landest du und dann gib uns ein Fahrzeug. Warte mal. Ich muss schauen, von wo wir fliegen. Wo wir da sind. Strider. Aber diesen HMG. Dann kann der Los Santos da rein. Okay, ich lande da hinten. Hier auf der Hauptschluss. Perfekt. Ja warte, ich lande da. Lande da. Perfekt, ja. Und Los Santos, du gehst dann in das Geschützte? Mhm. Ich schieß alles kaputt, was ich seh. Okay. Jetzt wird's actionreich. Sorry für diese geile Aussicht. Gut. Alter. Alter. Lande den Penis. Ja, ich bin dabei. Boah. So'n Penis. Es ist etwas versteift. So'n Penis zu landen ist bestimmt nicht einfach. Der war so schlecht. Es ist etwas versteift. Oh Gott. Es ist bestimmt nicht einfach zu landen, das Ding. Nein, echt nicht. Bis dann noch einer grad steht. Pass auf, da unter uns ist ne Leitung, ne? Nur zur Info. Juckt mich nicht. Also Wiegel, Gott. Nein. Ob der nicht. Du mal selbst, God-Mode. Danke, dass du mich erinnerst. Jetzt hab ich God-Mode. Ja, lande jetzt lieber und hol uns mal schnell. Oh, wir natzen die gleich so weg, Alter. Hang, 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 hang. Boah. Ich könnte einen Strider einfach spawnen, weil ich hab jetzt keine... Na doch, ich hab... Mach den. Was? Schnell raus, raus und weg, raus und weg, raus und weg. Da... Wie... Explodiert der? Ah nein! Rent! 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 Ich bleib dabei so lange drinnen. Ich nehm die Gefahr auf mich. Boah. Boah. Okay. Dann spawnen wir eben. Wollen wir den noch hochjagen? Dann machst du ne schöne... Woah! Gehste! Gehste! Machen wir eben äh... Dickes... HMG, den von gerade eben, dann können wir eben da reinfahren. Ah, ich mach was Besseres. Ja, irgendwas was nicht so übertrieben ist. Jetzt kommt's. Jetzt holt dein Tank. Ja, was spawn-Vehicle. Komm beeil dich gleich, ist der Banküberfall beendet. Ach was. Hunter, Ifrit, Quad-Bike, Offroad oder HMG? An mir kommen ist er beendet. Irgendwas HMG. Beides. Ist weiter HMG. Ich fahr, du schießt. Jo. Und ich? Du, äh, guckst. Wo ist denn, äh, hier? Ja, warte. Lass mir das Passagieren steigen näher. Ja, warte, ich bin nicht als Schütze drin. So, jetzt. Noch nicht schieben. Ja, ja. Ich hab nur getestet. Boah, Alp. Wir müssten eigentlich fast... Oh, okay, der Penis schaut irgendwie schön aus. Was? Der Penis schaut irgendwie schön aus. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. So, ich hab grad noch mal... Müsstest du fast einen Screenshot machen und das Thumbnail verwenden. Ja, muss reden. Du hast ein schönes Bild. Penis... Wie herzhaft er doch steht. Penis-Action in, äh... Penis-Action. Leute, wie geil das ausgesehen hat er grad noch. Ja, ja, ich hab grad noch mal zurück. Enis, der fliegende Penis. Wo ist denn diese Bank? Echt, du Mongo? Oh, da kann ich ja schon hinschießen. Ja, nein, ich aber... Es ist noch die alte Bank. Warte, ich mach der Malsicht an. Vielleicht seh ich schon was. Analsicht. 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 Ja, ich seh noch nichts. Sorry. Alter, wie fast denn du? Kirste! Alter! 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 Alter, nicht dass ich da rein... Alter, übertreib nicht. Boah! Boah, chill! Okay, jetzt... Junge! Ich glaub hier ist gar nicht die Bank, ne? Doch, das ist die Bank. Ich hoffe ich... Boah, die haben sie geil gemacht. Das muss man ihnen lassen. Alles gut gemacht. Achtung! Boah! Da ist doch niemand! Doch! Warte, ich mach mal ISP an. Warte, 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 stress nicht so, stress nicht so, stress nicht so. Ja, fahr mal langsamer. Boah, leck, 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 leck. Ich muss es n... Nein, nicht! Leute, ich kann ja die Diba-Konsole aufmachen. Ach, toller. Leute, ich kann ja die Diba-Konsole aufmachen. Okay. Wo ist denn die Bank jetzt? Ich kann damit jetzt alles... Ich kann jetzt jedem Geld geben. Leute, ich kann jetzt jedem Geld geben. Ja, mach aber noch nicht. Wo sind die denn? Wo ist denn das Bankgebäude? Es ist wirklich keiner. Es ist die Bank. Schau doch mal, Brudis... Oh, Leute. Was? Was heißt wohl Correction Center? Äh... Oh nein. Ja. Und wo ist die Bank? Ich glaub Federal Reserve. Ja, wo? Äh, links neben dem Bootshop, äh, auf DP10, unterm Airfield. Ungefähr auf 7 Uhr vom Airfield aus. Ja, es ist dort. Kannst du uns da hinporten, irgendwo in die Nähe? Ja, warte, dort, dort, dort. Ich muss grad schauen. Ja. Ich denke, das ist die Bank. Alter, ja, die sind noch da. Dann muss... Die sind alle dort, ja. Ja, port uns. Was? Ach, ich muss pissen, ey. Hebel. Achtung, Achtung. 5 ESP an. Okay, Vorsicht, Leute. Ja, ich fahr nicht. Ich teleportier uns mal. An die Tankstelle. Die Tankstelle. Oh, das war schnell. Oh, wie schön, Heli. Den klatsch direkt mal runter. Ja, holen die runter. Ah, da ist er auch schon. Ah, der Patriot liegt. Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Genau, einfach da lang. Einfach da lang. Oh mein Gott. Noch nicht, noch nicht, noch nicht schießen, noch nicht schießen. Ja, ja, ich warte. Wenn ich gute Einsicht hab, schieß ich. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja. Einfach 12 Uhr, genau 12 Uhr. Ich sehe zwei Helis. Nimm den rechten, das sind Cops. Jupp, soll schießen. Nein, noch nicht. Ja, schieß hier runter. Warte, die landen dort. Fahr mal hin, fahr mal hin. Ich kann jetzt schießen. Ja, schieß hier runter, bevor wir sehen, dass wir in den Ding sind. Okay, sag schien. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, schützen ab. Perfekt. Wo ist die Bank jetzt? Okay, das noch, Nelly. Bleib mal kurz stehen. Ja, wo ist die Bank? Ich kann nicht so weit hochziehen, jetzt. Die Bank ist einfach noch... Wo ist die Bank, wo ist die Bank? Äh, was? Da, wir sind bei der Bank, wir sind bei der Bank. Links ist das fette, das ist das Bankgebäude. Hier, das kommt. Das Abstellbude. Ernsthaft? Ja, das ist das Bankgebäude. Das hier, wo ich drauf zu fahre. Ja, das ist die Bank. Keine Bank, Alter. Ja. Also, was? Ich glaube, das war einmal eine Bank. Ja, steigen wir aus und töten die Leute. Bleib drin. Vorne ist irgendwo ein SUV angehört. Jetzt fahre rein und positioniere mich. Pass auf, ich gucke rechts. Oh lol, ich wurde aus dem... Ich wurde aus dem... Ich wurde aus dem Spiel entfernt. Sie wurden aus dem Spiel entfernt. Battle Eye Atme fahren. Siehst du einen? Ah, scheiße. Ja, ich wurde auch vorher noch irgendwas... Habe ich eine Nachricht bekommen. Ich wurde getötet. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, ich wurde irgendwie vom Battle Eye noch. Band kick it by. Client irgendwas und gleichzeitig getötet. Kriegst du den? Ne, ne? Och man, Freunde. War eine kurze Action hier auf dem Rudy Server. Wieso bist du schon getrennt? Ne, ne. Ja, aber... Aber ich kann ja nichts zu dir. Und ich habe ja auch keine Waffen. Oder du kommst nach Kavala eben schnell. Und dann machen wir einmal kurz Kavala Action. Und dann verabschieden wir uns. Aber... Ja, machen wir gleich. Warte. Ich mach nur noch den einen Typ hier. Da musst du irgendwo am Arsch... Ja, okay. Der steht hinter... Weißt du wo der ist? Hinter so Kisten. Kämmt der. So, und dann machen wir hier auch... Habt ihr eine andere Entschuldigung? Ja. Dann machen wir hier auch Ende. Nachdem wir in Kavala die Leute jetzt getötet haben. Du musst nur zu mir spawnen. Hier ein Fahrzeug eben. Und dann fahren wir einmal durch Kavala mit den Waffen. Ich würde gesagt, ich mach mal ein Screen White. Na, aber erst wenn wir jetzt dann in Kavala alle getötet haben. Die hier noch stehen. Die wissen ja nicht, dass ich das bin. Ja, ja, aber warte doch noch. Dann haben... Oh nein! Was machst du? Hast du hier jetzt schon? Ein Screen White? Das ist ganz schön. Mach das wieder weg. Mach das schnell weg. Ich kann das nicht weg machen. Das ist was schönes. Kannst du spawnen hier zu mir schnell? Ja, ich pop mich zu dir. Kannst du schnell im Fahrzeug, äh... Kannst du sch... Warte, ich tag mich zu dir. Ja, ja, ja. Komm, komm. Alter! Wie lang geht das? Dieses Screen White? Jetzt kommt erst die Musik. Und dann? Ich bin ein paar Minuten lang. Lol! Soll ich eine Nuke in Kavala spawnen? Ja, mach, mach, mach! Ja, warte! Ich bin in Kavala. Jetzt! Mach eine Nuke in Kavala. Jetzt! Abgang! Nuke... Nuke Function loaded. Warte, warte, ist auch noch ein bisschen laut noch ein bisschen. Wie lange? Jetzt! Bam! War das eine? Ja, Mann! Ja, Mann! Es geht los, es geht los! Kommt die? Kommt die? Alter! Da kommt sie! Und zerstört den gesamten Server. Und jetzt? Heckt bei euch auch der Server gerade? Ja, übelst! Um es mal so zu sagen, der Server ist tot. Es zerstört nämlich alle Häuser im Umkreis von 1400 Meter. Aber keine Menschen, ne? Doch, tötet auch alle. Ja, aber ich sterbe gerade nicht. Ich steh da drin. Und wenn du nicht stirbst, der Server ist trotzdem tot. Der überlastet nämlich so die Engine, dass der Server einfach tot ist. Wirklich, der Server ist nach dieser Nuke tot. Boah, Leute, was ein episches Feuer. Flamingo. Du wirst nämlich ein episches Finale. Ja. Episches Finale. Ich bedanke mich natürlich an Wuffy, dass du überhaupt dabei warst. Geil, die schreiben alle geil. Fütterkerzen. Gib mir... Oder warte, warte, hier sind noch gerade ein paar Bullen. Kannst du dich einmal zu mir tippen und mir noch eine Waffe geben? Ich gebe... Du spachst bei mir gerade übelst... Ja, bei mir auch. Entschuldigung. Warte. Jetzt. Ich glaube dein Internet ist gerade irgendwie im Arsch. Ja. Geht eigentlich. Spawn bei mir. Spawn bei mir. Spawn bei mir. Dein Internet ist im Arsch. Nein. Meins ist nicht der Arsch. Eins ist es. Meins? Ernsthaft? Ja. Ja, irgendwie kack. Und mein Arm ist abgestößt, glaube ich, weil ich... Ich häng gerade ab. Ernsthaft? Meins nicht. Und es läuft noch flüssig. Die schreiben Billig-Skript, super. Ja, sehr billig, selbst gemacht. Aber komm, jetzt gib mir mal schnell ne Waffe. Ich kann hier so viele töten gerade. Schade. Ja, ich kann nicht. Ich meine, ich hab... Schade. Ich bin tot. Oh, schade. Wir wurden aus dem Spiel entgegen. Hacker Xyli. Von Xyli wurde ich gebannt. Ja? Schade. Ja, egal. Der Server ist sowieso tot. Wollen wir doch dann Action mit einem anderen Server machen? Ja, aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, machen wir hier Feierabend. Sehen uns dann mal in der nächsten AMA-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und... Bitte vergewaltigt den Dislike-Button nicht zu sehr. Leute rein. Ciao, ciao. Ich liebe euch Zuschauer. Ah, die... Ich glaube unser Root server spart grad so ab. Das kann sein. Kann sein. Ja, das kann gut sein. Warte, ich schau mal den Ping vom Root da ab. Ja, mal gucken. Ich will auch den Ping kurz sehen. Mach mal vor. Ich glaub, kann wirklich dein Root scheiß ab. Ich glaub, wir werden gedidoßt. Schon wieder. Schon wieder? Gut das. Ja, bevor die Qualität hier ganz schlecht wird, sag ich bis zum nächsten Mal. Ja, sonst gehen wir auf den Notfall TS. Ciao, ciao.